So hallo und willkommen zu neuen folgen Minecraft Franzl hier, ja wie ihr schon seht hinter mir wie gesagt juleanus30.shop wie sie eingeblendet ist juleanus33.shop da könnt ihr euch richtig saftige Designs kaufen, richtig österreichische und traditionelle österreichische Designs kaufen, einfach juleanus30.shop da könnt ihr zum Beispiel dieses Design kaufen da sieht man es auch richtig gut, ist einfach richtig cool mit der Wöl so, mit den Wolken und hallo wer immer du bist und ja da gibt es T-Shirts, juleanus30.shop für rot, gelb, blau, alle mögliche Farben, grün, hallo warten wir kurz, da gibt es auch für jeder Mäbchen, auch mit dem Design wie man es hier sieht, aber richtig cool eigentlich und die Tasse, ja genau richtig cool und die Tasse auch mit dem Dings und Hoodies gibt es auch für coole Zeiten, wie gesagt juleanus30.shop ja du brauchst das? brauchst das? ich brauche das. was genau brauchst du? das. was ist das? das für jeder Mäbchen? das. ich muss doch auf juleanus30.shop äh 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 aus jetzt geht es mir besser warte mal hat der gerade aus meiner Tasse gesufen? warte mal jetzt war es falsch, ja so warte mal, so, hab ich gleich ja, 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 alles gut, alles gut, hallo hallo, oh nein, nicht, hallo, ähm du wolle kaufe Pizza Pizza? äh du hast bestätigt bezahlt, ne du bezahlst du hast bestätigt bezahlt, genau du geben mir du hey was soll der aber? eh okay okay OK los gegen aIN ich, ich a ich, da, was, was wolns? ich kriege eine Bezahlung wie Pizza da so haben sie es mal rakt der ist nein nein der ist nicht da du gibst mir jetzt bezahlung der ist 50.000 wert das ist nicht genug ich hab gar nichts mehr du gibst mir mehr nein nein nicht da 1 2 2 dollar habe ich gehört du willst mich veräppnen was ist das bio plop nein ich will nicht leben Lama fang an zu tanzen zu tanzen oh oh ich hab den block zersterrt tanzen willst du mein Lama angreifen so hast ne bezahlung bruder Lama oh eh Lama na Lama! Lama! Okay, Lama. Jetzt sind wir da. Fehlplatziert. Sekunde, ich muss wieder runter. Okay, hab ich eine Pizza gratis. Also eine Pizza gratis nehme ich natürlich immer. Dann stehst du auf. Ja, Pizza gratis. Okay, so. Oh nein. Hallo. Guten Barsch. Ich würde gerne eine Wohnung mieten. Der Vermieter ist da unten. Und eine Wohnung... Nehmen wir uns eine CD-Wohnung da unten. Schon eine Premium-Wohnung. Welche Wohnung? Die Wohnung? Ja, dann nimm da die Wohnung. Da sind ja schon Freunde von dir drinnen. Was ist ein Freund? Ich hab keine Freunde. Woher kommen sie denn eigentlich? Wo ist meine Bezahlung? Wollen sie das im Vorhinein oder soll ich das per Fixüberweisung machen? Vorhinein passt so. Überweisung geht nie so gut. Okay, dann würde ich sagen... Ja, haben sie ein schönes Wochenende? Ja, das ist alles was ich noch hab. Ich war ja schon Millionär. Aber das hab ich auf ein Bankkonto angelegt. Für die Zukunfts-Sicherheit. Oh, Bankkonto? Okay. Also habt ihr alle irgendwie beim Bankkonto das anlegen? Hallo Baby-Franzl, Großer-Franzl. Okay, der hat da jetzt ein Tier gebaut. Hallo. Okay, da ist immer noch das Ding. Ja, der ist so oft. Ich geh jetzt ein auf. Johannesner 30. Shop. Oh, hallo. Ja, 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 alles gut. Immer genau. Warum? Warum? Hallo? Hallo? Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Na, 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 na. Ja, okay. Ja, ja, ich geh schon, ich geh schon, ich geh schon, ich geh schon. Okay. Da kann ich mich einfach verstecken. Ah, na, 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 na. Warum was ist denn plantet? Oh, boah! Oh, boah! Äh. Ich glaube, ein Duder, das brauche ich nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch das ganze Geld, als du mal da rein. Wird schon passen, irgendwie. Und da da, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. So, bam, bam, bam. So, äh, den Brook brauche ich nicht mehr. Und so, und so. Und das brauche ich. Das geht ja schon irgendwann weg. Ähm, so, das fliegt schon irgendwie den Boden. Okay, äh, heute wollte ich nämlich eigentlich zum Vermieter schauen. Eigentlich kann ich halt jetzt vermieten. Hallo Vermieter? Warte mal, ich kann mal anleiten und auch warten. Oh, hi. Ähm, hallo? Ja? Ja? Ähm, hallo? Wir waren nicht auch so. Ja! Dann kommt er jetzt auch schon wieder. Oh nein. Wolladigge, Alter! Ja! Wolladigge, was du bist, Alter! Ja! Zwerg! Du Zwerg mit Nase! Zwerg mit Nase? Wolladigge, Alter! Ich kann gut mit Kindern! Ja! Wolladigge, Alter, ey! Du willst... Ja, doch! Wolladigge, Alter! Ja! Das ist deine Tochter, Wollah! Nein, oder? Ich liebe mich topa! Wollah! Wolladigge, Alter! Die plastic! Ja? Wolladigge... Nein, du... Nein, hu! 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 Nein, 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 nein! Ich hoffte! Nein, nein, nein! I hoff kann Pewlet... Nein! Ja! Ja! Oh, warte mal, warte mal. Jetzt kann ich so wachen. Obwohl, ich lasse es einfach. Warte mal. Hallo? Ist es noch mal da? Hallo ist es noch mal da? Hallo? Okay, ich glaube das ist anscheinend der Weg. Ähm, genau so. Ähm, fragen wir eigentlich was da oben ist. Oh nein. Das war jetzt 5 Meter. Der hat gerade einen Tierzug gemacht. 5 Meter? Warte, ich mache jetzt einen Klingelstreich. Hä? 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 Ähm? Geht der Tier nicht zu? Geht der zu allein nicht? Ich glaube das ist... Irgendwie keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Wo geht es zugegangen? Hallo? Wir stehen... Wir stehen jetzt oben. Schau mal zu machen. Wo stehen wir oben? Wo stehen wir oben? Kann ich aufmachen? Da ist er, da ist er, da ist er. Hallo DJ Bobo. Kommst du jetzt her? Ich bin DJ Bobo. Er schreit laut 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 laut. Wo sind die Mieten? Die Mieten habe ich auf Zeit. Hast du nur angeleutet? Nein, wo muss ich da leiden? Ich bin DJ Bobo. Du bist Kerbe. Du bist auch so dumm. Dies bist du. Du bist ein Kerbe. Geh in die Wohnung. Geh in die Wohnung. Ich rufe die Polizei. Okay, der ruft die Polizei. Hey, ich bin DJ Bobo. Und ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Okay, DJ Bobo. Ähm, so. Genau. Ich brauche eigentlich mal wieder essen. Könnte mal schauen, ob es irgendwie... Wo ist er? Ah, hallo. Wo ist er? Ah, hallo. Wo ist wer? Der Einbrecher. Was ist der Einbrecher? Alarm gerufen. Ich bin DJ Bobo. Oh oh. Ist er das? Der Einbrecher ist da drinnen. Da drinnen ist der Einbrecher. Ich bin DJ Bobo. Wie sieht das aus? Äh. Vermieter. Vermieter. Braune Haare. Äh. Okay. Ähm. Komm mal mit. Ich will irgendwie schauen. Hey, ist jeder? Warum kacken Sie das Waschbecken? Äh. Oh. Aber was sollen denn? Wo stehen Sie mich da? Waschbecken? Okay. Ich habe gerade ein Geschäfte abgeschlossen. Was ist das? Ein Gestäft abgeschlossen. DJ Bobo, weißt du zufällig, was das da ist? Bobo. DJ Bobo. Ist der Haus? DJ Bobo. DJ Bobo. Ah. DJ Bobo. 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 Er ist weg. Okay. Was ist das? Ein Schnitzel? Äh. Okay. Frag mal was das ist. Warum ist das? Was ist das? Ist das eine Fabrik? Okay. Da ist nur das Zins. Hallo. Ähm. Da braucht es auf jeden Fall raus. Boah. Es ist dunkel drinnen. Hallo. Äh. Ist du irgendwer? Ich brauche noch Licht. Ah. Nopels. 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 Ja Nopels. Aus der Fackel. Kopf kennt vielleicht vom Waller-Digger-Typen da oder das so. Nehmen wir. Eigentlich kennt es jetzt Detlef eigentlich. Das Haus wieder. So. Was ist denn Nopels? Nopels. Ja was ist Nopels? Nopels. 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 Äh. Ich glaube da. Nopels ist gerade auch gekommen. Hallo Nopels. Ich glaube da kann man. Aber es ist. Freie Zugabe. Äh. Hallo. Oh. Detlef. Oder. Oder Katze. Bist du das? Hallo Katze. Was ist Detlef so fliegen? Das weißt du. Oder? Oh. Ja. Flieg einfach weg. Okay. Ähm. So. Dann. Kann ich eigentlich ein bisschen Schnitt verwenden. Wenn man schon da liegt. Also ich meine. Warum nicht. Was ist eigentlich das da vorne? Eine Lotter. Eine Slotmaschine. Oder wie das heißt. So ein Computer. Ah. Ich glaube ich kann ich mal. Das kennt mir eigentlich am Ried nicht mehr. Ich bin im PC. Ähm. Ich glaube es ist eine Slotmaschine aus dem 19. Jahrhundert. Und eine Palorita. Glaub ich es. Kann ich sag mal was warst du hier bei der Fabrik? Äh. Hallo in deiner Fabrik. Ja. Willst du das hier sein? Bist du der Neue? Äh. Ja. Ja. Okay. Dann weißt du wie das funktioniert oder? Äh. Ja. Nicht wirklich. Kannst du mir mal fort zeigen irgendwie? Ja. Nimm erstmal so ein Schwein. Schwein. Geh da hin und such dir das süßeste aus. Ja. Süßeste. Oink 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 oink. Ja. Jetzt streichle es. Ja. Fein ist fein. Ja. Und jetzt? Möchtest du es adoptieren? Ah. Nein. Eigentlich. Ich habe keinen Haushalt für Schwein. Äh. Ja. Ja. Warte mal. Ja. Kommt jetzt ein Schnitzel raus. Kommt jetzt ein Schnitzel raus. Ja. Ja. Schnitzel. 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 Stratisje. Stratisje. Das ist auch der beste Arbeit. Das war ein. Das war ein. Das war ein lustig kollega. Kollega. Kollega? Ja. Kollega. Sjefa. Sjefa. Ja. Du bist der größte Schwein. Ja. Ja. Du bist ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was eigentlich? Warte mal. Stratisje. Das ist Schäfa. Schäfa. Komm mal mit da. Du gehst doch jetzt auch mal rein in die Schlachtbank. Ja? Na komm mal. Ich will zeigen euch experiment. Das haben wir in der Schule gelernt. Verstehst? Ah ja. Stratisje. Schau. Den kannst du immer dran. Kommt. Schick das nicht. Stratisje. Aber nicht, dass du dich jetzt auf die Maschine schaffst. Es wird nicht so geil. Stratisje. Okay. Was für ein Straßenberuhnchen? Ich hab keine Straßen. Stratisje. Stratisje. Oh. Okay. Der Schnitzel. Äh. Pekini-Typ. Schnitzel. Okay. Stratisje. Ja. Stratisje. Stratisje. Halt aufs liegen. Da ist gerade auch kein Benzin drin. Das Dings hat alles aus. 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 Benziniert. Oder wie man das sagt. Äh. Ja. Ich glaube ich geh jetzt mal wieder heim. Stratisje. Und da ist so ein großes. Ich weiß nicht. Die große Fabrik macht mir irgendwie Angst. Ich weiß nicht. Dass ich mir so meine Schnitzel gemacht oder so. Ich weiß nicht. Aber nicht, dass die Schnitzel auch irgendwie so in Schnitzel auch so anboten waren. Weil ich sie angekauft hab von der Firma. Ich hoffe einmal. Hoffentlich einmal nicht. Oh. Du kaufst Pizza. Schon wieder. Wo Pizza? Da hast du Pizza. Nein, nein, nein. Nicht alles. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du bist alles mit. Du bezahlst. Du bezahlst alles. Du bezahlst alles mit Geld. Geld. Du hast Geld. 20 Euro. Tschüss. Du bezahlst mehr Lama Greif an. Lama Greif an. Lama Greif an. Wow. Okay, okay, okay. Ich habe nicht mehr. Du gibst mir Geld. Du gibst mir Geld. Wo du bist. Okay, es ist mein ganzes Geld. Mit ganzes Geld. Du gibst mir... Mehr hab ich nicht Alles Richtig alles Richtig alles Absolut alles Ich glaub dir nicht Pizza kannst du wieder haben Nein 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 Ich mein's Nein 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 Oh mein Telefon Tele... Äh... Ok Was? Was willst du? Kleine Hosenscheiße Hm? Was willst du? Ich weiß nix mehr Schau mal schieß rein Oh Was ist das? Hallo Dad Kleines Baby Kleines Baby Schau kleines Baby Du nennst mich klein? Ich kann dir zeigen der Kleines Komm ich geh raus Kleines Baby Kindergarten verpasst Du nennst mich klein Bruder Du nennst mich klein Telefurt Äh Tele... Hä? Telefurt 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 Gedeetlef Ähm Jetzt muss ich wieder runter Ähm So komm ich wieder irgendwie runter Ohne dass ich Also dass ich unverschädlich Unverschädlich bleibt Aber irgendwie so Dann kann ich den Trickshot treffen Oh oh Ok ich hab ihn geschafft Ok Das war der Trickshot des Jahrtausends Ok Ich geh mal wieder runter Hoffentlich kommt der Typ nicht wieder Oder der Deadlef Da ist immer noch ein Kübis Ähm Ah was war Neun Stock weiter unten Ah da ist das So muss ich springen Wo kann ich da durchs zu Ähm Hä Ist mir Haus eingebaut? Hä Äh Hallo? Me Ha Oh Mo Monka Oh nein war das der Monka War das der Monka war Das sind alle Einbaut die Häuser Äh die Wohnungen Äh Ok Monka Monka Ok Ich lass das mal Glaub ich würde ich mal sagen Äh das muss ich folgen Und wie gesagt Äh bei Da gibt es so Tassen mit so blau und so richtig Perleffekt und alles Schon richtig cool aus eigentlich Und äh Dann gibt es einen Leibau mit dem Design mit allen möglichen Sachen und ein Hoodie für die kalten Zeiten Ja genau Und ähm Es gibt ja eine Schultaschen und so Einfach die erste 30.Job die Schultaschen Da könnt ihr alle eure Schuls Sachen hier in die Schule mitnehmen Ja was ist denn Franzl? Ja ähm Ja mein Oh nein Oh nein Nicht schon wieder mein Bild Ah das hab ich schon Ich hab jetzt mal dasselbe Okay Ähm Ja nein nein Ist schon gut Ist schon gut Ich würde sagen das war's für die Folgen Lass ein Like und ein Abo da Für mehr und äh dann würde ich sagen auf Baby Franzl schaust nachher Baby Franzl Und würde ich sagen ähm Ciao